So Leute, willkommen zurück bei Poco... bei Five Nights at Freddy's 2, tut mir leid, ich bin etwas ruhig. Ja, heute ist mal wieder ein neuer Tag, eine neue Nacht, wie man es gerne hätte. Auf jeden Fall, äh, Hauptproblem heute ist leider, dass ich nicht viel Zeit habe. Ja, ich bin schon den ganzen Tag am Lernen, morgen ist nämlich für mich Klausur, also wenn ihr das seht, drückt mir die... Dann hab ich die Klausur schon geschrieben, dann hab ich... Dann könnt ihr mir nicht die Daumen drücken, dann habt ihr mir hoffentlich die Daumen schon gedrückt, weil ihr meine anderen Projekte kennt und guckt und davon wusstet, ja. Ähm, die liebe Sarah, Guus, hat, äh, hier mir wieder mal einen Tipp gegeben. Wenn ich einen schönen Schnapsluss haben möchte von der Puppe, dann soll ich doch bitte auf Cam 7 gucken. Ob ich das will, weiß ich nicht, weil ich möchte die Nacht eigentlich heute ganz gerne schaffen. Hab ich mich erschreckt, ja, ihr merkt schon wie durch ich bin, ne? Wenn, wenn ich mich hierbei schon erschrecke, nur weil die Kamera ausgeschaltet wird, dann bin ich richtig durch. Und ich wette, ich verkack's. Ich könnte auch wetten. Ja, und Balloon Boy wartet schon. Zum Glück geht der ja so schnell wieder weg. Und Toy Bonnie im Auge behalten. Echt ein Wunder, dass die mich gekriegt hat, aber das liegt halt auch daran, weil ich nicht aufpasse. Ich muss besser aufpassen. Ist leider so. Wenn ich, äh, besser aufpassen würde, ich glaub, das Ganze... Ich hab ja gesagt, ich mach mehr als 15 Parts und außerdem bei der Maus mal wieder unwinstig, sodass ich verrutsche. Kleinen Moment, das muss ich hier grad mal richten. So. Da ich das eben aufgemacht hab, war eigentlich ein Versehen, aber es hat ganz gut gepasst. So, wieder kurz... Ach, Mängel ist jetzt hier wieder unterwegs. Ja, hi. Dir auch hi, Balloon Boy. Bist ja eigentlich ganz lieber. Darf man eigentlich auf Kinder... Kinder, dicke, ja. Dicke Kinder schießen, wenn sie hey sagen. Ich hab ja ne Kita nebenan. Falls ihr das nicht wisst. Und die schreien jetzt morgens immer. Ein Freund von mir, der wohnt ein Stockwerk unter mir, der kriegt hier bald einen Kollaps, weil der wird regelmäßig von dem geweckt. Weil der war das noch ein bisschen schlimmer als ich. Also, der ist nicht gerade erfreut darüber. Ich war zu langsam. Oh, ich bin zusammengezuckt, ja. Ich bin durch, ich merk's. Oh, ich erschrick mich wieder. Oh, das... Oh. Ich hoffe, ihr hattet's eben nicht... Ach, ich bin Foxy von der Pirate Cove an. Äh, mit was? Ah, jetzt darf ich lenken. Go, 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 go. Foxy, lauf. Run. Run, Foxy, run. Hol dir die Kinder. Was ist denn jetzt los? Achso, Paddy. War ich zu langsam? Und run. Oh, komm. Go, 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 Foxy. Ich hab doch im Hintergrund gebutt. Was ist denn da los? Sind das jetzt Leichen? Jetzt springt euch gleich wieder was in der Sicht. Ja, ich hab's gewusst. So, Leute, wie lang war das? Ich hoffe, ihr habt's nicht so laut wie ich gehabt, weil das hat doch schon ganz schön in den Ohren gedröhnt. Ich guck aber mal rein, wie die Aufnahme ist von der Abmischung her und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, willkommen zurück. Oder, was heißt willkommen zurück? Ich hab da ja bloß in die Aufnahmen reingeguckt. Ich hab nicht auf die Zeit geguckt, wie lang die Aufnahmen gingen. Oh. Aber es wird nicht lang gegangen sein. Obwohl, ja, Death Minigame hat's natürlich wieder rausgerissen. Ich weiß auch nicht, wie lang ich heute mache. Kann sein, dass der Part heute dadurch... Normal würde ich sagen, ich mach einen längeren Part, weil, ja, letzter Part. Aber, da ja heute nicht letzter Part, mach ich bisschen... Kann es auch sein, dass ich bisschen kürzer mache. Je nachdem, ob ich es schaffe oder nicht. Ich würd's ja gerne schaffen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und ja, jetzt kommt hier wieder alles, ne? On the move. Warum bewegt sich hier eigentlich alles? Warum will mich alles töten? Haben die nichts Besseres zu tun? Ich mein, man kann doch so schöne Sachen mit seiner Freizeit machen. Warum muss man versuchen, mich umzubringen? Ich mein, man kann zum Beispiel essen gehen. Oder einkaufen. Oder für Klausuren lernen. Oder gucken, wo wir in seinem Haus die Sicherheitskameras nicht hingucken. Ja, es gibt wirklich schöne Sachen, die man mit seiner Freizeit anfangen kann. Aber nein, die haben sich ja überlegt, ne, wir bringen jetzt einen harmlosen Sicherheitsbeamten. Und das ist ein Job, das nicht mal ist. Ich mein, es... Man wird hier eigentlich nur fürs Überleben bezahlt, oder? Ich mein, eigentlich sollte man als Sicherheitsbeauftragter... So, jetzt muss ich kurz mal hinhören wegen Balloon Boy. Sollte man ja eigentlich darauf achten, dass hier keiner ins Haus kommt. Aber das Einzige, was man hier als Sicherheitsbeauftragter kontrollieren muss, ist, dass man nicht selber verreckt. Das kontrolliert man ja. Ja, Balloon Boy, halt die Klappe und bleib weg. Hab ja noch andere Probleme außer dich. Und jetzt gleich, wie er hier im Dings steht, ne? Lass dich aus. Nee, aber Chica dafür. Das ist so ätzend. Ich hab ja damit gerecht, dass Balloon Boy jetzt dritt steht. Ich darf hier aber auch nicht lange machen. Und hier lange versucht irgendwie auf die... Na komm, mach Bild. Ich muss aufziehen. Ich muss aufziehen. Oh Gott, Freddy ist da. Freddy ist da. Freddy, bleib weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Du bleibst auch weg, Bonnie. Mal wieder alles grad so hochgegangen. Das ist schön. Balloon Boy, geh gleich wieder weg. Ich glaube, ich war noch schnell genug. Ich hab jetzt keine Zeit zum Kontrollieren. Ich muss hier aufziehen. Na komm, Foxy steht da vorne wieder. Dieses Kinderlachen, das finde ich, ist das Schlimmste hiervon. Nicht mal die ganzen Animatronics, die einem ins Gesicht springen. Dieses Kinderlachen. Weil's einfach kacke creepy ist. Und unser Strom geht leer. Es wird wahrscheinlich diese Nacht am Strom scheitern, weil ich hier zu... ...klinkend bin. Das war knapp. Das war knapp. Das wär verdammt knapp. Ich warte ja echt nur drauf, dass Balloon Boy hier wieder steht. Oder einer der Animatronics. Ich glaube, ich war schnell genug. Ich hoffe, ich war schnell genug. Oh Gott, Toy Freddy. Oh, ein Mängel sitzt im Lüftungsschacht. Super. Leute. Und... ...the Puppet ist wieder da. Ich hasse es, dass hier so viel auf einmal kommt. Leute, ich bin null Multitasking fähig, muss ich dazu sagen. Null. Null. Und zwar so gar nicht. Mal abgesehen davon, dass unser Strom jetzt langsam leer ist, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich kann die nicht aufziehen. Leute, wir sterben dran. Ich hab zu früh weggezogen. Okay, dann sterben wir halt da dran. Wieso, wie lange nehm ich jetzt insgesamt auf? Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Also Sarah, tut mir leid, wenn ich von der Puppet keine Direktaufnahme mache. Die kannst du dir in einem anderen Let's Play anbauen. Aber es reicht mir so schon. Der Schwierigkeitsgrad ist echt enorm. Und übrigens an alle, die nicht 18 sind. Wir ziehen das 18. Lebensjahr vor. Dann guckt ihr halt zwei Jahre danach kein 500 in Fällis. Passt schon. Oder halt. Je nachdem, wie alt ihr gerade seid. Ich weiß ja nicht. Ich weiß von manchen, aber ich möchte ja hier nicht die Alters... Ne, Altersgrenze ist auch Quatsch. Ich möchte doch nicht euer Alter herausposaunen. Reicht, wenn ich das weiß und jeder die Kommentare gelesen hat. So Leute, gut. Dann lasst mir doch ein... Ne, ich kontrollier erst mal und je nachdem mach ich dann Abmoderation. Bis gleich. Gut Leute, einmal machen wir noch. Hilft ja nix. Will ja auch nicht hier mit neun oder zehn Minuten euch den Part abspeisen. Also wer bin ich denn? Außerdem darf ich dann keine Werbung danach schalten. Hahaha. Aber eben, ich muss... Ich muss mit der Flashlight aufpassen. Eben habe ich zu viel Licht gemacht. Also hier kann ich schon mal eine halbe Stunde sparen, glaube ich. Ist mir jetzt egal. Ich darf uns mal gucken, dass hier halt nix ist. So, jetzt kommt Foxy. Jetzt erst mal ein paar Sekunden warten. So. Anblinken ist okay. Reicht schon. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den anblinken muss, dass er weggeht. Balloon Boy, du blödes Kind. Du kriegst von mir einen Haufen Hausaufgaben. Gut, zumindest der ist weg. Das ist schon mal schön. Macht auch gerade keine Geräusche. Das gefällt mir. Ja, passt. Geh in Right Airborne. Bisschen checken. Seht ihr? Schon 1 Uhr morgens. So, jetzt erst mal die Airwands checken. Achso, da vorne ist jetzt wahrscheinlich Mangle. Und Foxy. Okay, die arbeiten im Team. Es sind ja auch beides Foxys. Mangle ist ja nichts als Toy-Foxy. Muss man ja mal dazu sagen. So, Mangle wird wahrscheinlich gleich in einem... ...also im rechten Airwands erscheinen. So, jetzt ist wahrscheinlich hier, ja, Balloon Boy. Kurz mal warten. Dumm, 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 dumm. So, der ist weg. Da ist keine Bonnie. Das ist schön. Dann kann ich jetzt wieder aufziehen im Moment. So. Seht ihr mal. So leicht spart man sich hier Strom. Hi, Freddy. Ach, Moin, Mangle. War ich zu langsam? Nope. Aber Freddy kommen, ja? Vorsicht geboten. Oh ja, und der echte Freddy ist auch noch auf dem Weg hierher. Da kommt Freude auf, wenn die ganzen Freddy's kommen. Leute, bei mir war gerade ein Geräusch in der Wohnung. Boah, wenn hier jetzt noch mein Fenster... ...oder halt irgendwas anfängt hier zu knacken. Bei mir in der Wohnung. So, halt so ein leiser, rochendes Umfeld, dann. Ich raste aus. Weil ihr wisst ja, ich nehme hier alles im Stock düsteren auf. Da ist es verdammt unangenehm, wenn man irgendwas hört. Mängel ver... Huste dich. So, bis zur Hälfte und dann schnell runter. Und hier mal checken. Dass hier auch alles kommt. Alles. Drei Uhr morgens. Und wir haben noch ordentlich Strom. Das ist schön. Ich war... Boah, jetzt war ich ja viel zu langsam. Ne, hab ich vergessen. Aber ich zitter immer. Ich zuck immer. Das gibt's nicht. Obwohl ich weiß, dass was kommt. Werdet ihr auch wahrscheinlich beim nachher angucken. Noch zucken. Das ist furchtbar. Ich hab eine Epilepsie von. Ne, so schlimm ist das Zucken dann doch wieder nicht. Aber... Das ist schon nicht schön. Gut, Leute. Jetzt würde ich aber wirklich sagen, ihr lasst mir in den Kommentar da einen Daumen nach oben. Ähm... Ähm... Schreibt was Nettes. Ich freu mich über jedes Kommentar. Auch über jeglichen, der sich als Fan outet. Und ja. Wenn ihr's noch nicht habt, abonniert. Tschüss und bloody Trapline spät. Ohne mich. Das ist ja wohl hier die Höhe. Also gut, Leute. Bis dann. Euer Wolf.